Aua! Aua! Ah ja, aarha- Okay, alle beiden Entchen. 3...4... Aaaaaaaahaa! Buhh! Was macht du da? Hör auf! Hallo, herzlich willkommen bei... der NR15, bin ich der Erste, der irgendwas gesagt hat! Ja genau, ich bin der Zweite... reißen wir mich kurz. Oh, scheiße, meine Stimme ist jetzt weg. Ja, Freunde, wir haben jetzt hier eine Dreiviertelstunde lang gebraucht, um überhaupt das Spiel irgendwie zum Laufen zu bekommen. Moke kann nicht mitmachen. Internetprobleme und keine Ahnung was. Meine Stimme altern. Mike, du hast mich angesteckt in der Dreiviertelstunde jetzt hier. Du musst euch die ganze Zeit rumknutschen im Hintergrund. So, also heute wieder zwei Rennen. Wir beginnen in Bahrain. Nachher geht's noch rüber zu China und dann hoffe ich mal, dass ich zumindest für vor das Korrupt einigermaßen gut punkten kann. Es gibt auch noch eine weitere Änderung, denn Mike ist heute nicht alleine. Wir können einen neuen Fahrer begrüßen. Das ist Dennis. Hallo alle zusammen. Ich freue mich mit euch allen zu fahren. Spaß zu haben. Ja, ich hoffe, den Spaß haben wir trotzdem. Auch wenn bei einigen die Nerven jetzt schon wieder blank liegen, weil das so lang gedauert hat. Wir haben schon wieder überlegt, das erneut zu verschieben, aber die letzte Aufnahme ist jetzt mittlerweile auch wieder drei Wochen her. Jetzt müssen wir leider hier in den sauren Apfel beißen, wie es Mike vorhin so schön gesagt hat. Er ist im Übrigen krank und trotzdem darf er jetzt weiter quatschen. Mike, ich übergebe. Ich fahre nämlich jetzt raus und will die erste gute Rundenzeit hinlegen. Ja, so nicht. Erstmal Tag, ihr Fruchtlutscher. So, also ja, wir beginnen erst mal mit Korrupt. Leider ist Mucke nicht dabei. Das ist natürlich schade. Dann begrüßen wir McLaren. Jetzt, du hast den Schwester abgestürzt. Oh, nein! Ich will nicht mehr. Hast du noch eine Einladung? Ach, Alter. Nee, Scheiß. Schatz, kriegt er nichts. Kriegt er nichts. Ja, läuft. Ja, also McLaren ist gerade einfach weniger geworden. Ey, scheiße. Hallo? Ich kann nicht mehr. Ja, nochmal oder wie? Ja, natürlich nochmal. Okay, gut. Alles erst mal lassen. Alle. Das kommt nicht mehr drauf. Es darf nicht wahr sein. Ganz ehrlich, es darf nicht wahr sein. Hashtag. Oh, jetzt. Hashtag noch drückend nicht. Außer wir müssen das Spiel leiser drehen, ey. Ganz ehrlich, das ist mir zu laut. Entschuldigung. Kicker ist die ungerade, ernsthaft. Ich auch. Ganz ehrlich, die 18 sind viel zu laut. Ganz ehrlich. Hashtag Amor. Oh, Scheiße. Wir haben alle ganz viel Spaß. Ey. Das war ja wohl mal richtig geil, Alter. So, da war jetzt auch Team McLaren. Und Spiel ist abgestimmt. Geil, ich bin leid. McLaren, wir erst in den Motorrad. Obwohl die noch kein Honda haben, ey. Erstaunlich. Aua, das... Wenn das jetzt was passiert, eh, jetzt hab ich so keinen Bock mehr. Natürlich passiert das immer zu den, zu den, zu den, zu den, äh, unpassenden Zeitpunkten, ja. Ja, ist halt immer so. NNF-Qualität, hab ich gehört. Das, äh, hab ich... Wie war das? Ich hab das jetzt gerade nicht ganz akustisch verstanden. Oh, Sean. NNF-Qualität, hab ich gehört. Irgendwahrscheinlich daran, dass ich Johnny einfach nicht mit zuhören kann. Oh, Shots have been fired. Oh, das war so cool. Ey, soll ich euch was auf meiner Flöte vorspielen? Niiiins. Ihr geht kaputt. Ihr geht kaputt. Okay, jetzt mach ich... Ey, mach mal hier so ein Schimann-Ding da. Du, 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 du. Welches Hash ist bald reden? Ey, Philip, lass mal... Die von... Die von... Mike. Mikrofon, checker one. Ey, du hast ja auch ein C, oder? Wo ist dein C? Jetzt hat man dein C. Aua. Ah ja, okay, alle beiden Entchen. Drei, vier. Das ist was, Döner. Hör auf. Wer kennt von euch noch Ozu Senna? Wer kennt das Lied? Das muss ich mit einem Rennen bringen. Ja, wie soll ich denn das machen? So, in der Box. So, bereit. Es interessiert mich nicht. Es wird jetzt losgelegt. Wer kennt das Lied Ozu Senna? Nochmal kurz. In der Box kannst du die... Achtung. Fahrzeug ausgewählt. Drei, vier. Ich will sterben. Finde. Ist egal. Ruhe jetzt. Ruhe. Fertig. ja unglaublich diese heißen news hier hat direkt nach diesem unglaublich ich kann immer noch nicht Mike mach weiter